3, 2, 1, 9, 1, 10, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 24, 24, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 28, 28, 29, 29, 29, 29, 29, 31, 29, 29. Das Jahr 2005 wird spannend, und nicht nur für Kids, mit der brandneuen Staffel von Inuyasha. Und direkt aus Japan, die neue heiße Staffel von Yu-Gi-Oh! Wie soll ich jetzt noch durchhalten? Die Show beginnt! Digimon! Das Warten und die Sehnsucht hat endlich ein Ende! Sailor Moon ist wieder da! Meine kleine Lady, ich vertraue mir! Jan Vika Vika Steven! Komm mit in die Welt von Kukito! Weihnachten mit Kinderaugen sehen! Alles neu im Januar bei RTL 2! Wundern Sie sich nicht, der Sonntag bei RTL 2 ist jetzt voller Wunder! Welt der Wunder, das europaweit erfolgreichste Wissenschaftsmagazin! Mit neuen Themen, neuen Abenteuern! Auch 2005 auf Ihrem gewohnten Sendeplatz! Aber bei einem neuen Sender an dir bei RTL 2! Reisen Sie mit uns zum Mittelpunkt der Erde! Begleiten Sie uns an den Rand des Universums! Welt der Wunder, das Original! Ab 2. Januar, immer Sonntag zum 18.55 Uhr bei RTL 2! Ich freue mich auf Sie bei meinen neuen Sender! Welt der Wunder wird Ihnen präsentiert vom Kronbacher Alkoholfrein! 7.55 Uhr beim Rett Und du? Bist du bereit für die brandneuen Folgen? Stargate am 5. Januar bei RTL 2 Alles neu im Januar. Erleben Sie die schönste Zeit im Leben eines Babys. Sie sind so süß. Sie bringen so viel Freude. Sie sind so knuddelig und sind so brav. Wenn sie schlafen. Wie sie die Welt entdecken und jeden Tag etwas Neues dazulernen. Der Doku Donnerstag. Mama Mia, die ersten Babyjahre. Und danach durch dick und dünn. Am 6. Januar geht's los. Imus ist es Irre. I ist die It. Imus ist es Irre. Was machen die Buchstaben?